Eine kleine Hommage an das Lebenswerk einer großen Künstlerin. Wir befinden uns hier im Atelier von Ruth Baumgarte, die von 1952 bis kurz vor ihrem Tod 2013 gewirkt hat. Sie entstammte einer bekannten Theaterfamilie. Ihr Vater war Chef der Ufer und ihre Mutter Schauspielerin. Schon als Schülerin in Berlin der 20er, 30er Jahre ist klar, Ruth will Künstlerin werden. Und sie schafft es auch, mit 17 Jahren an der renommierten Hochschule für bildende Künste aufgenommen zu werden und ihre Studien als Meisterschülerin zu beenden. Ruth Baumgarte war bereits als Heranwachsender ein sehr unangepasster, stets kontroverser Mensch. Sie hat während der Ausbildung an der Hochschule für bildende Künste Berlin 1942 ein Werk erstellt, was sicherlich für die Zeit des Nationalsozialismus in keinster Weise regimeorientiert sogar verboten war. Die Zigeuner im Regen, ein Werk, was mit großer Sicherheit auch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Nach Kriegsende der Neuanfang. Sie hat ihr Handwerk gelernt, verlässt Berlin und beginnt in Bielefeld ein Leben als freischaffende Künstlerin, Grafikerin und Illustratoren. Endlich! 1947 malt sie sich selbstbewusst mit den Attributen der Bohème. Pinsel und Palette, Zigarette und Baskenmütze. Hallo Welt, hier komme ich! Blick auf Vesuv. Auf Istanbul. Finnische Impressionen. Die Landschaften ihrer Aquarelle sind immer auch Seelenlandschaften. Farben und Formen zerfließen in traumhafte Visionen. Der Mensch versunken in Gedanken am Meer. Selbstbildnis 1979. Ruth Baumgarte hat Ausstellungen im In- und Ausland, führt erfolgreich auch eine eigene Galerie, als sie ihr großes Thema entdeckt, Afrika. Ja, also ich habe Afrika bereist. Das ist ein faszinierendes Land. Die Probleme haben mich fasziniert, erschüttert. Und es ist ganz klar, dass ein Künstler das in seiner Form dann ausdrückt. Die Gesichter Afrikas. Jenseits der Klischees vom Schwarzen Kontinent malt Ruth Baumgarte ihre Eindrücke in leuchtenden Kontrasten und großen Formaten. Sie feiert die paradiesische Daseinsfreude, sieht aber auch Missverständnisse und Gefährdungen des Zusammenlebens. Ein Inferno. Buchstäblich in glühenden Farben. Über 40 Mal kehrt sie zurück in die Länder ihrer Sehnsucht. Nicht als Safari-Touristin, oft bleibt sie monatelang in tiefer Verbundenheit mit den Motiven ihrer Bilder. Unzählige Skizzen, die sie vor Ort gemacht hat, verdichtet die Künstlerin im Atelier zu magischen Kompositionen. Aquarelle, die im Rhythmus des African Beat tanzen. Und vor allem Ölgemälde in den Farbtönen ihrer expressiven afrikanischen Palette. Meisterwerke, die unter anderem auch in Berlin, London, New York erfolgreich ausgestellt werden. Das letzte große Afrika-Bild. Ruth Baumgarte hat nicht mehr die Kraft, es zu verenden. Mit der Gründung einer Kunststiftung übergibt sie 2012 ihr Lebenswerk an den Sohn. Die Stiftung war eigentlich schon seit vielen Jahren in Planung. Der Krankheitsverlauf meiner Mutter hat sie dann aber dazu bewogen, im Frühjahr 2012 die finale Entscheidung zu treffen. Und damit wurde dann die Stiftung ins Leben gerufen. Es gibt letztendlich zwei große Zielbereiche. Der erste ist, das künstlerische Werk von Ruth Baumgarte für institutionelle Ausstellungsbereiche zu strukturieren, aufzubereiten und diese Ausstellung auch umzusetzen. Das zweite Ziel ist, alljährlich einen hochdotierten Kunstpreis in Höhe von 20.000 Euro, der zu den höchsten Kunstpreisen in der Bundesrepublik Deutschland gehört, an eine gegenständliche künstlerische Position zu verleihen. Das letzte Selbstporträt, vom Alter gezeichnet. 2013 stirbt Ruth Baumgarte in ihrem Haus in Bielefeld. Doch ihre Leidenschaft für Malerei lebt weiter, auch mit dem Vermächtnis, in ihrem Namen zeitgenössische Künstler zu würdigen. Untertitelung des ZDF, 2020